Uh, zwei Wochen Ibiza. Ich bin broke. Ich weiß gar nicht, wie du dir das überhaupt alles leisten kannst. Vorteil Azubi sein. Ob man jetzt aber studiert oder eine Ausbildung macht oder eben direkt anfängt zu arbeiten, die Optionen sind vielfältig. Gut, ihr könnt jetzt mehrere Sachen auch machen, aber die Frage ist, mit was wollt ihr überhaupt anfangen oder was wollt ihr überhaupt machen? Alle Optionen haben definitiv Vorteile, deswegen kommen jetzt hier für euch die Vorteile des Azubilebens. Bis zum nächsten Mal. Uh, zwei Wochen Ibiza. Nix Ibiza, Park oder Balkonien. Mein Nebenjob lief doch nicht so gut. Ich bin broke. Ich weiß gar nicht, wie du dir das überhaupt alles leisten kannst. Ja, Ausbildung, dies, das. Ich lerne was dazu und verdiene noch mein eigenes Geld. Geht's besser? Ich glaube nämlich nicht. Und falls ihr jetzt noch Vorteile sehen wollt vom Azubileben, dann klickt mal hier oben im I. Und ich weiß, mach Ibiza! Ja, schön, dass alle neun hier versammelt sind. Ja, ich wollte Ihnen kurz Herr Köritz vorstellen. Unser ehemaliger Ausbildung. Er ist unsere Gallions-Volge. Er ist ein ganz, ganz großer ist das. Das ist einer von uns. Also der hat hier in der Firma, hier bei mir, bei uns, hat er die Ausbildung gemacht und der wird's noch zu was bringen, ne? Und ich mach sogar noch ein... Ich mach sogar noch ein Fachwirt obendrauf und vielleicht noch ein bisschen was mehr. Damit hab ich dann alle Möglichkeiten, alle Möglichkeiten. So, eigentlich, ne? So ist alles das. Klasse. So, dann lege ich mal los, wa? Sag mal, hast du irgendwie gleich ein OP oder so? Ich meine hier, ne? Oh, äh, nee. Das ist wegen Bewerbungsschreiben, wegen Assistenzarzt. Ich habe jetzt acht Jahre gelernt und jetzt muss ich halt noch ein bisschen Praxiserfahrung sammeln. Ja, genau. Wie man sich auf jeden Fall richtig bewirbt, das findet ihr hier oben im i verlinkt. Achso, und ich jetzt mal gleich in meinen Ausbildungsbetrieb. Da hab ich nämlich direkt meinen Anschlussvertrag unterschrieben. Also, ähm, gracias. Tschüss, ciao, ciao, danke, ciao, ciao, ciao. Ah, ich will auch endlich mal wieder rausgehen, ey. Ich hab viel zu viel gechillt letzter Zeit, ey. Ich hab nächste Woche zwei Klausuren, dann muss ich noch eine Präsentation fertig machen und die Hausarbeit hab ich noch nicht mal angefangen, ey. Ja. Also, ich hab vor kurzem ja schon meine IHK-Prüfung erfolgreich abgeschlossen. Jetzt bin ich Fachkraft für Bäderbetriebe. Für dich, äh... Warte, Meister. Ich geh jetzt mal raus in die schöne heiße Sonne und bisschen baden. Tschüss, ciao, ciao. Ja, sieht ja echt gut aus, was hier auf der Karte steht, oder? Joa, aber eine etwas schwierige Entscheidung. Vor allem ist es ja auch, wie ich während meines Philosophiestudiums von Johann Wolfgang von Goethe gelernt hatte, dass das Essen ja zuerst das Auge und dann den Magen erfreut. Okay, kann ich dir vielleicht mal einen Tipp geben? Und zwar nimmst du jetzt mal den Fisch, der hier draufsteht aus der Nordsee kommt. Richtig lecker und richtig fein. Und dazu nimmst du noch den Sauvignon Blanc aus der französischen Convince. Ja, aber das ist doch eine vollkommen voreilige Entscheidung. Woher weißt du denn sowas? Ja, ich habe vielleicht eine Ausbildung gemacht zum Restaurantfachmann. Ja, da lernt man nämlich sowas. Und zwar in der Theorie und auch in der Praxis. Anders als in einem Johann Wolfgang von Goethe-Studium. Gut, diese ganzen Vorteile, die sind natürlich jetzt mit so ganz, ganz kleinen beziehungsweise großen Augenzwinkern betrachtet. Aber es stimmt eben schon. Azubis verdienen eben ihr eigenes Geld und machen Erfahrungen, die man beispielsweise auch in anderen Bereichen anwenden kann. Und man lernt eben nicht nur die reine Theorie. Aber wie immer die Frage an euch. Wie seht ihr das? Was sind eurer Meinung nach die absoluten besten Vorteile des Azubilebens? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Außerdem findet ihr hier jetzt noch ein Video dazu, warum es überhaupt eine Ausbildung werden sollte. Und unten drunter könnte ich anschauen, wie es wäre, wenn Azubis ehrlich wären. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Marvin und bis dann.